Physik Hallo und herzlich willkommen zum Übungsvideo der konstanten beschleunigten Bewegung. Ich werde dir heute ein Beispiel vorrechnen, indem du unsere beiden Formeln für die beschleunigte Bewegung mal in Action siehst. Hier hast du sie nochmal. In Prüfungen werden oft die unbeschleunigte und die beschleunigte Bewegung in einer Aufgabe miteinander kombiniert. Es gibt ja genau zwei Kombinationsmöglichkeiten. Entweder wird in einer Aufgabe erst beschleunigt, dann geht es unbeschleunigt weiter oder eben umgekehrt. Deshalb werde ich dir auch für jede Kombinationsmöglichkeit mindestens ein Video drehen. Es stellt sich heraus, dass es leichter ist, wenn zuerst die unbeschleunigte Bewegung dran ist und erst dann beschleunigt wird. Deshalb fangen wir damit jetzt an. Es geht um folgende Geschichte. Mr. Pinguin spielt eine Form des Spiels Angsthase gegen seinen Rivalen Mr. Karl. Das Spiel geht so. Beide fahren mit dem Auto Vollgas auf eine Mauer zu und wer als letztes bremst, hat gewonnen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com